Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Rückspiegels direkt aus unserem Studio in Rotalden. Diese Woche haben wir folgende Themen für Sie. Ferien- und Freizeitprogramm 2014. Neuer Naturwissenschaftsraum in der Realschule Plus Finningen. Abschluss des Projekts integriert ist gut im Rahmen von Toleranz fördern, Kompetenz stärken. Kübik mit Voice to Voice. Podiumsdiskussion im Dr. Lederer Haus. Es ist wieder da und bietet eine große und spannende Bandbreite an Angeboten. Die Rede ist vom Ferien- und Freizeitprogramm 2014. Die Kreisjugendpflege stellt es im Februar vor. Die Jugendpflege des Landkreises stellt das Freizeit- und Ferienprogramm 2014 vor. Rund 40 Veranstaltungen stehen auf dem Programm. Von deutsch-französischen Freizeiten über Ferien in der Heimat bis hin zu Tagesausflügen. Kreisbeigeordneter Ernst Hügl stellte in seiner Funktion als Dezernent für Jugend und Soziales die neue Broschüre zusammen mit Jugendamtsleiterin Annette Eger und Kreisjugendpfleger Wolfgang Gießen vor. Dieses Jahr neu ist der Versuch, bei den seit Jahren Veranstalteten Ferien in der Heimat Geld zu sparen. Indem auf den teuren und organisatorisch schwierigen Bustransfer verzichtet wird. Der Versuch läuft dieses Jahr in den Verbandsgemeinden Walhalben und Zweibrücken Land. Für die Kinder ändert sich vom Programm her erstmal nichts. Es ist im Grunde genommen das gleiche wie Ferien in der Heimat, auch wenn es jetzt Sommerspaß heißt. Was sich ändert, sind morgens und abends die Transportwege. Da es nur in einer Verbandsgemeinde ist, sind natürlich die Anfahrtswege kürzer, wie wenn zwei Verbandsgemeinden zusammen ein Projekt machen. Das ist klar. Das ist das eine. Das Zweite, was sich ändert, ist, dass wir nicht mehr Busse chartern und laufen lassen, die alle Ortsgemeinden abgrasen und die Kinder dann entsprechend zum Veranstaltungsort bringen, sondern dass es die Eltern selber machen. Trotzdem setzt man beim Programm 2014 auf Altbewährtes. Die Ferien in der Heimat werden in den restlichen Verbandsgemeinden wie gewohnt veranstaltet. Ansonsten sollen die Sommerferien im Idealfall durchgehend mit Betreuungsangeboten abgedeckt sein. Ganz gelingen will das noch nicht. Aber das Ferienangebot für die rund 8.000 6- bis 15-Jährigen im Landkreis deckt immerhin zwei Drittel der Sommerferien ab. Nutzen wird das Programm dieses Jahr fast jedes achte Kind. Auch Familien, die von Hartz IV leben oder nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, müssen ihren Kindern diese Freizeitangebote nicht vorenthalten. Bei der Kreisverwaltung können Anträge auf Befreiung von den Kosten eingestellt werden. Highlights sind mit Sicherheit eine Ritterfreizeit auf der Burg Greifenstein. Das ist wirklich im Mittelalter mit alten Kostümen, alten Gewändern, wirklich Leben wie vor 500, 600 Jahren. Das ist mit Sicherheit ein Highlight in unnachahmlicher Kulisse. Ein weiteres Highlight dürfte wohl auch die Segelfreizeit sein. Auf dem Eiselmeer richtig mit einem Segelschiff über den Ozean kreuzen. Das hat schon wirklich was Abenteuerliches. Ja, auch neu ist dieses Jahr eine deutsch-französische Freizeit, Kreativfreizeit, die sich eben mit dem Thema Umwelt, Natur, Landschaft beschäftigt. Da wird also wirklich in der Landschaft im Lothringischen, auch an toller Kulisse, am Stockweiher in Frankreich, wird aus der Natur, schaffen die Kinder und Jugendlichen dann so ihre eigenen Kunstwerke, sind da ganz kreativ und schließen nebenbei sozusagen Freundschaften dann eben mit Kindern jenseits der Känze. Wer sich nun für das Ferienprogramm des Landkreises interessiert, kann sich eine der Broschüren in den Verwaltungen oder an den Schulen im Landkreis holen oder einfach auf die neue Facebook-Seite der Kreisjugendpflege gehen. Dort gibt es dann auch den Link zur PDF-Datei der Broschüre. Auch Unterrichtsseele halten nicht ewig. Deshalb bekam die Realschule Plus in Finningen endlich einen neuen Naturwissenschaftssaal. Wir waren beim Eröffnungsakt dabei. An der Realschule Plus Finningen tut sich etwas. Die Konrad-Adenauer-Schule bekam nämlich einen neuen Naturwissenschaftssaal, der vorher als reiner Physiksaal diente. Mit der bereits neuen Ausstattung behandelten die Schüler der 7a das Thema Optik. Viel praktisches Equipment kam für Schüler und Lehrer hinzu. Der neue Naturwissenschaftsraum kostete eine Gesamtsumme von 50.000 Euro. Gespannt widmeten sich die Schüler den Unterrichtsaufgaben. Zur offiziellen Einweihung kam Landrat Hansjörg Dupré. Er betonte, dass die Eltern der Schüler großen Anteil an dem neuen Saal hätten, da sie Steuerzahler sind. Günter Grube von der ADD ist der Meinung, guten Unterricht könne man nur mit gutem Material führen. Die Schüler staunten nicht schlecht, als Elternrat Jens Schuster sagte, die Realschule Plus Finningen sei besser ausgestattet als die Fachhochschule. Bis weit über die Grenzen hinaus besitzt die Realschule Plus Finningen einen sehr guten Ruf. Anschließend zur Saaleinweihung wurde Rektor Günter Röhm für sein 40-jähriges Dienstjubiläum geehrt. Mit kleinen Ausnahmen am Anfang seiner Leerlaufbahn war er bis jetzt überwiegend an der Realschule Plus Finningen tätig. Herr Röhm ist voraussichtlich nur noch ein halbes Jahr im Dienst. Günter Grube hob noch einmal Herrn Röms Engagement vor und überreichte ihm dann die Urkunde von Ministerpräsidentin Malu Dreyer. In Zukunft kann die Konrad-Adenauer-Schule nun voll durchstarten. Landfrauen die Letzte. Denn das Projekt der Landfrauen, integriert ist gut, innerhalb des Bundesprogramms Toleranz fördern, Kompetenz stärken, feierte seinen Abschluss. Nach über einem Dutzend Begegnungsabenden mit internationalen Köstlichkeiten der Migrantinnen war die Begeisterung über das daraus entstandene Kochbuch sehr groß. Migration ist eines der großen gesellschaftlichen Themen unserer Zeit. Und es hat viele soziale, kulturelle, ökonomische und politische Facetten. Einige dieser Facetten zeigte das Projekt der Landfrauen, integriert ist gut. Zur Abschlussveranstaltung des durch das Bundesprogramm Toleranz fördern, Kompetenz stärken geförderten Projekts waren rund 70 Frauen in der Sängerhalle Winsberg zugegen. Vereinzelt auch ein Mann. Einer dieser Gattungen kam dann sogar aufs Podium. Ernst Hügel, Vorsitzender des Begleitausschusses des lokalen Aktionsplans, wagte sich vor. Wenn man weiß, wo die Menschen herkommen, wie sie dort leben, was sie erzählen und wie es ihnen dort ergangen ist und wie es ihnen bei uns geht. Nur so kann man dann Toleranz auch annehmen und auch dann umsetzen. Und Toleranz beginnt an und für sich bei uns hier drin im Kopf, bei jedem Einzelnen. Und wenn man dann eben im Gespräch die Kompetenz noch bekommt, drüber zu reden, ach, ich habe mit der, mit dem, mit jener geredet, die kommt dort und dorthin, ich weiß, wie es dort zugeht, sie hat es mir gesagt. Wenn man das weiß und dann kennt und dann erweitert man auch seinen eigenen Horizont und hat vielleicht auch die Lust, mal in ein anderes Land zu fahren. Viel wurde über die Begegnungsabende geredet. Heike Bisbert, die bei allen Abenden dabei gewesen war und die Beigeordnete der Stadt Pirmasens, Helga Kner, konnten dabei aus erster Hand berichten. Es wirkt wirklich. Man hat einzelne Gesichter wieder erkannt, hat gedacht, das ist doch die Frau, die von da und da kommt, hat den Namen gewusst. Und ich denke, sobald die Menschen einen Namen haben und ein Gesicht, sind sie einfach auch integriert. Und ich denke, das ist was Wesentliches, was hier geleistet wurde. Und ich denke, wenn wir von Leistung sprechen, gehört natürlich den Landfrauen einen ganz großen Dank. Es gehört auch ein ganz großer Dank, dass wir überhaupt dieses Projekt Toleranz fördern, Kompetenz stärken mitmachen können. Heike Bisbert als Initiatorin zeichnete ein lebensechtes Bild der Veranstaltung. In Kontvik leben 35 Nationen. Allein deshalb schon musste es hier eine zweite Begegnung mit Migrantinnen geben. Hier verblüffte mich eine Amerikanerin mit ungarischen Wurzeln. Sie brachte ihre typisch amerikanischen Leckerbissen zum Buffet und wollte wissen, wer ihr die Schüsseln wiederbringt. Sie können nicht bleiben, denn zu Hause erwarteten sie Gäste. Es war Thanksgiving. Und der Truthahn ist gleich fertig. Zum Glück blieb sie noch und stellte sich als erste der fünf Köchinnen unseren Fragen. Last but not least gab es für jede Teilnehmerin das Kochbuch. Es enthält alle Rezepte aller Veranstaltungen. So ist eine kulinarische Weltreise gemeinschaftlich entstanden. Das Kochbuch wird zukünftig bei den Landfrauen käuflich zu erwerben sein. Voice to Voice verwandelt jede Location zur Partyzone. Mit Sonja Betsch am Gesang bleiben keine musikalischen Wünsche offen. Ob Tina Turner, Pink oder Andrea Berg. Sonja hat es drauf. Michael Bixler, Multi-Instrumentalist und Sänger sorgt für den musikalischen Groove der Band. Beide Musiker sind aus der Pirmasenser Musikszene nicht wegzudenken. Michael Bixler beherrscht seine Instrumente und ist nicht nur für Nichtmusiker das Maß der Dinge. Voice to Voice bieten ein musikalisches Programm, das in seiner Auswahl einzigartig ist. So die Eigenbeschreibung der Musiker, die diese Woche bei Kübik auftreten. Hallo, ich bin der Michael von Voice to Voice. Hallo, ich bin die Sonja Betsch, die Sängerin von Voice to Voice. Ich bin Krabier, singe und schreibe eigene Songs. Wir sind heute zu Gast bei Kübik und freuen uns sehr, hier sein zu dürfen und zeigen zu können, was wir so machen. Viel Spaß. Wir spielen alles Mögliche. Ja, also von Schlager, Rock, Pop, Soul, Jazz ist eigentlich alles dabei. Außer Heavy Metal, glaube ich, machen wir alles. Wir singen, Lange, 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 Lange. Wir singen, Lange, 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 Lange. We singen, Lange, Lange. Oh, hey, help me wrong. Take my heart and make it stronger. You're simply the best. You're better than all the rest. Das Besondere ist bei Voice-to-Voice, dass die Stimmen zusammen harmonieren und es ein sehr gutes Klangbild gibt. Dann sind wir sehr flexibel in der Musikrichtung, schreiben eigene Songs, spielen überall, wo gute Laune herrschen soll. Und das sind so die Stärken von Voice-to-Voice. Das ist das erste Mal im Fernsehen, allerdings haben wir ja schon ein Video gedreht zu unserem Lied Deine Flügel. Aber so mit Interview, das ist schon das erste Mal. Ich bin auch sehr aufgeregt. Ist die Kirche in Not? Kann sich unsere Gesellschaft eine Kirche leisten, die für das Leben der meisten unwichtig geworden ist? Und ist eine Kulturnation ohne organisierte Religion überhaupt denkbar? Zu diesen brisanten Fragen hatte die Kreisvolkshochschule nach Rotalben ins Dr. Lederer Haus eingeladen. Bei dem brandaktuellen Thema ging es nicht nur um innerkirchliche Probleme, auch Probleme zwischen den Kirchen und den Gläubigen wurden erörtert. Kirchen sind immerhin Hüter der Gesellschaftsnormen und Werte. Sollten die Kirchen weiterhin dramatisch an Zuspruch verlieren, was würde dann mit unserer modernen Gesellschaft geschehen? Es würde doch alles seinen gewohnten Gang gehen. Wir sind doch zivilisiert genug. So kam es zu Fragen, wie brauchen wir Kirche, wenn sich zwei Drittel der Deutschen vom Christentum abwenden? Und funktioniert unsere Kultur ohne Kirche? Prof. Dr. Erich Daunhauer wies darauf hin, dass nicht nur Kriegegesellschaften zerstören können. Das ist einmal, indem man das Geldwesen zerstört in einer Nation, in einer Kultur. Dafür nenne ich das Beispiel Deutschland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Da ist das Geldwesen zerstört worden und was daraus geworden ist, muss ich ja nicht einzeln weiter erläutern. Udo Sopp, evangelischer Kirchenrat, ging als ambitionierter Protestant zunächst auf die Unterschiede zwischen dem evangelischen und katholischen Dasein ein. Weiterhin zählte und erläuterte er Kritikpunkte an den Kirchen. Pfarrer der katholischen Kirche, Dr. Hans-Peter Arendt, verschwieg nicht, dass die Kirche durchaus Fehler macht. Das Vorschussvertrauen der Menschen in die Kirchen kann dadurch natürlich leiden. Aber er zeigte anhand eines Zitats von Papst Franziskus, wie Kirche sein sollte. Mir ist eine verbeulte Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern krank ist. Er sagt, das kann krank machen, wo wir nur bei den eigenen Sicherheiten stehen bleiben wollen. Und er betont, es geht auch um die Bereitschaft, auf diesem Weg zu den Menschen hin Fehler zu machen. Und damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen noch viel Spaß mit den nachfolgenden Sendungen. Bis nächste Woche. Tschüss. 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 Tschüss.